Von der Rennseitung kommt eine Meldung über den Ausfall von Alain Prost, Probleme mit der Lenkung. Grund für den Ausfall von Storr ist ein Motorschaden. Lafitte ist echt schnell in den Kurven, man sieht das. Und der wird jetzt auch versuchen, nur auszubremsen, das geht sich aber sicher nicht aus. Lafitte wird jetzt gleich vorbeigehen. Renault wird immer langsamer. Niki, was kann es dir im Kopf des führenden René Arnoux vorgehen? Ein Mann, der also so lange jetzt zweiter war hinter seinen Teamkollegen, der führt und er weiß, dass er die Führung nicht mehr lange verteidigt wird. Er weiß, dass er sicher Schwierigkeiten hat, man sieht, er wird immer langsamer. Wahrscheinlich geht sein Turbolader nicht so, wie er gehen sollte. Der denkt sich jetzt halt nur, scheiße, jetzt ist das Rennen verloren, weil er weiß ganz genau, dass seine Runden gezählt sind. Jetzt sind wir ähnlich gegangen in Silverstone, also er wird sich sicher nicht sehr füllen. Silverstone hat das sehr, sehr lange geführt und ist dann acht Runden Verschluss von Watson überholt worden und hat vier Runden Verschluss dann endgültig aufgeben müssen und konnte also nicht einmal mehr Zweiter werden. De Cesaris, Arnoux, Lafitte. So, jetzt hat er ihn vorbeigelassen. Hoffentlich denkt De Cesaris jetzt auch bei Lafitte mit. Uh, Lafitte rutscht wieder hinaus. Also der macht da sehr oft einen gleichen Fehler. Wieder Glück gehabt, ist wieder drinnen. Genauso wie vor zwei Runden mit dem Schweden Slim Borgut, jetzt das gleiche mit Andrea De Cesaris. Die Bosch-Kurve ist außen irrsinnig rutschig, weil da der ganze Abrieb nach außen geschickt wird und man irrsinnig rutscht. Also Arnoux hat große Schwierigkeiten, das sieht man, weil Lafitte immer näher kommt. Und sehr unregelmäßig fährt Arnoux, weil an gewissen Streckenabschnitt ist er schneller und dann wieder langsamer. Ich nehme an, dass Lafitte versuchen wird, den Führenden nur ein paar Runden lang zu irritieren. Einmal da, einmal dort ein Überholmanöver vorzutäuschen. Ja, der weiß ganz genau, wie angeschlagen der Reloj jetzt sein muss. Es hat er nicht so leicht geholt. Das Wichtige für Lafitte ist jetzt einfach hinten zu warten, von hinten hat er nichts zu befürchten. Und es wird nie mehr lang dauern, wenn er dann vorbeikommt. Relativ leicht vorbeikommen wird. Ja, die Höchstgeschwindigkeit 307 km pro Stunde auf der Valvolin-Geraden, die rettet im Augenblick noch für René Arnoux die Führung. Deli im Augenblick vor Salazar. Deli natürlich Rückstand von fünf Runden. Der Fitt könnte die Situation jetzt ausnützen. Und er versucht, und er ist auch schon vor. Lafitte ist vor. 40. Runde, 13 Runden vor Schluss. Führungswechsel, noch bevor diese Überholungsmanöver hier begonnen haben. Beifall auf den Tribünen für den großen Kämpfer Jacques Lafitte. Der Franzose hat also die Führung der österreichischen Grand Prix übernommen, wird als Ersten den Chilenen Salazar überwunden. Danach Deli, dann Pironi, Patrese und der Angelis. Lafitte neben Salazar. Hoffentlich macht der Chilene jetzt keinen Blödsinn. Lafitte ist jetzt wichtig, ruhig zu bleiben, weil sie natürlich schauen will, dass er so schnell wie möglich von Arnoux wegkommt. Das ist jetzt nicht so schnell wie möglich von Arnoux wegkommt.